Was ist mit ihm? Hat er eine Akkulepsie? Hallo? So, ihr Klapskalis, da sind wir wieder bei der Freakshow. Sehr, sehr gut, dass ihr wieder mit dabei seid. Dafür gibt es direkt zum Start zwei dicke Daumen nach oben. Wer kann das schon von sich behaupten? Ihr kriegt sie einfach so frei Haus, weil ihr wieder die Freakshow angemacht habt. Wir hatten ja des Öfteren in der Freakshow jetzt schon so Spiele, die waren mehr so kleine Häppchen. Die dauerten mal nur drei Minuten, fünf Minuten, zehn Minuten, vielleicht eine Viertelstunde. Im Grunde waren die aber echt immer in relativ kurzer Zeit abgefrühstückt. Ich habe mir heute ein Spiel ausgesucht, von dem ich glaube, dass das tendenziell zumindest so ein bisschen länger gehen kann und auch wieder mal ein bisschen Story basiert ist. Also oftmals zocken wir bei der Freakshow ja Sachen, die sind sehr experimentell, sehr abstrakt. Da geht es dann mehr um irgendwelche Assoziationen oder Emotionen, die beim Spiele ausgelöst werden, aber jetzt nicht unbedingt um eine wirkliche, kongruente Geschichte oder auch um ein sonderlich aufregendes Spielprinzip. Und heute ist ein Spiel bei uns im Rennen, bei dem ich denke, dass es zurück zu den Wurzeln der guten alten, ja, Retro-Adventures geht. Es wird vermeintlich wieder ein bisschen, sagen wir mal, schaurig, schaurig. Es muss ja nicht wirklich immer knallerdüster oder guselig oder krass oder brutal oder verstörend sein. Aber, ja, ich habe schon so gemerkt, die Tendenz bei Spielen, die ich mir aussuche, vielleicht bewusst, vielleicht unbewusst, die geht dann doch schon mehr so ins etwas, ja, sinistere, ins etwas schaurigere. Vielleicht ist das auch heute so der Fall. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, wenn wir uns den Titel angucken von dem Spiel, in das wir jetzt reinspringen. Sepulcher heißt es. Und wir wissen, Sepulcher heißt, ja, so viel wie Begräbnis oder auch Begräbnisstätte. Das heißt, da schwaben wir doch schon wieder, das geht hier alles in eine Richtung, die kein Happy End haben wird. Das ist zumindest der Screen, der Startbildschirm. Ihr seht es, wir sind wirklich knietief im pixeligen 16-Bit-Retro-Look. Und wir fangen einfach neue Spiele an. Wie immer, ich habe mal ganz kurz reingeguckt, ob alles so läuft, mich einmal nach links und rechts bewegt und dann war das auch gut. Deswegen werde ich hier gefragt, ob ich nochmal starten möchte. Ja, möchte ich. Ich habe ja noch eins gesehen. Und dann geht es auch schon los. Und die Wälder werden ihre Tungen halten. Sie stirren. Beneath this silent world of saints and sinners, twixt the living and the dead. Train's still going. Can't have slept long. We left, uh, we left... When did we leave? Where did we leave? God damn, it's unnervingly quiet. Maybe I should fetch some water. The restaurant should be open now. The guy is dead. He is still dead. He wakes up in such a bus and doesn't know exactly where he comes. He's a whisting for the whole time. I'd say that he's already there. But let's see, let's see. So, classic Point-and-Click-Steuerung here. So I'm moving my mannequin. No sense in taking the entire thing. What do we have here then? Wallet, yes. Dr. Lange, Curator of the Krennicon-Thames Museum. That's me all right? The Chanel House Burial by Louis Cassell. To think I don't get enough of the dead without pulp horror novels. Just one vice. It's nothing interesting. It's nothing interesting, genau. Shut us down. No use. Stuck. Let's go stirrup a drink or two. Maybe something strong is in order. Clear the head. Yo, erstmal hinter dir die Binde kippen. Dann bin ich dabei. Ich mein, das macht doch schon mal einen ganz guten Eindruck hier. Okay. I'm Dr. Harold Lange. My destination is Augur Peak Island. I'm on this train to... I'm going to evaluate some finds. They called me to... A painting of a train. Is it this one? No. Looks too old. Maybe an ancestor. Locked. I can't hear anyone inside. Good evening, my friend. I was wondering if you could... Ah, yes. I've seen you poking around. Having trouble settling down, are we? Something like that. Could do with a stiff drink about now. Right you are, then. That painting on the wall. I saw it there. Isn't she a beaut? Runs like clockwork she does. It's... this train. Isn't it a little old? You get the day, I've got no appreciation of machinery. We've got to be the same age at best. Practically grew up on her, I did. Ain't nothing about old Gloria that I don't know. Okay, old Gloria. Right you are, then. A friendly-looking fellow. Makes a change for public transport. Ähm, ne gut. Und wie er hier spricht, ne, der Kollege, erinnert mich total an, ähm, an den Psychokiller aus The Cat Lady. Also, wenn das nicht dasselbe ist, dann hat er eine sehr ähnliche Sprachmelodie. Locked. I can't hear anyone inside. Okay, na gut, gehen wir mal weiter. Locked? Isn't this the way out? It's nothing interesting. Na gut, dann werden wir wahrscheinlich den freundlichen Schaffner hier bitten müssen, dass er uns die Tür aufmacht. Komm her. Right you are, then. The door to the next carriage appears to be locked. Is that normal? Nothing's wrong, is it? Haha, you city folk always jump to conclusions. Ain't nothing wrong, just how we do things when our guests are asleep. Prevents prying eyes and swift fingers. Isn't that a bit of a fire hazard? Pal, let me tell you, if a fire breaks out on this train, then no amount of carriage doors are going to save you from roasting. If you catch my drift. Be a steel coffin if the unthinkable happened. Sheesh. Um, could you possibly unlock the door? I could really use a drink. Don't reckon I can, no. I can give you the key though, on one condition. No. Please don't tell me he's going to ask me to solve some ridiculous conundrum of his. No, it's not. Bring me back a shot of whisky when you get back. Yo. Old Floyd looked you up, just telling it's for done. No problem my friend, thank you. It's a key. It's a key. Was haben wir denn da eigentlich? Ausweis? Dr. Harold Lang, Krennic on Thames Museum, Badge ID, CCPN 1318. CCPN 1318. Ah, a bit of money. Just what the doctor ordered. It's my credit card. Lord, isn't this the way, don't you? It's a key. You could do that. Yeah, I know that. I can do that. I can do that. Okay, open. Okay. I can do that. Eine sollehnliche junge Frau. Sie ist auf einem Stadion. Unsere Augen sind etwas aus der Bildung. Es ist ein bisschen nervös. Ich fühle mich, als ob ich eine Fotografie wie das schon gesehen habe. Wenn das nicht in einer Fahrradfahrt war... Ah, besser geht's zum Restaurant. Ich will nicht, bevor ich Don's Whisky bekomme. Locked. Nicht gut. Ich kann nicht den Schlüssel bekommen. Es muss sich von der anderen Seite lockt. Ja, dann müssen wir doch mal Don holen. Bringt ja nichts, dann kann er sich seinen Whisky auch direkt selber abholen. Oder er ist jetzt schon wieder weg. Er war nur in der Erscheinung. Ne, okay, doch. Ich hab nichts gesagt, Don. Der Restaurant ist lockt. Dieser Schlüssel ist nicht gut. Ah, Floyd muss die Dinge bereit sein. Geh einfach deinen Zeit, Junge. Lass ihn seine Dinge tun. Er wird es lockt, wenn er gut und bereit ist. Okay, es gibt keinen Rass, oder? Ah. Ja, na toll. Ja gut, dann können wir ja vielleicht in der Zeit ein bisschen... Locked. Ähm... ...die anderen Abteile hier untersuchen. Locked. Oh, okay, da ist man drin. Oh, okay, da ist man drin. Oh, okay. Da ist man drin. Oh, okay, da ist man drin. Tja, na gut, okay. Also mal mal merken. In 2A ist offenbar jemand drin. Locked. Ich denke, ich kann es nicht hören. Er sieht nicht sehr gut aus. Das ist, wenn es sogar ein Er. Er sieht positiv krank, in fact. Das klingt nach so einem typischen Resident Evil Rätsel. Ohne dicke Tasche. Okay, reden wir mal. Ja! Hallo, da. Ich bin so sorry für die intrusion. Ich war nur das, was... Er ist etwas stöhnt. Ich kann nicht auszuhören. Ich bin so sorry. Was das war? Das war das. Vielleicht sollten ich gehen. Ich bin so sorry, dass du dich bequen. Nein! Er... Er erscheint nicht, dass er seine Hände gut öffnen kann. Ich denke, ich würde lieber gehen. Vielleicht sollte ich das zu dem Ticketinspektor nennen. Ich kann nicht einfach gehen, jemanden der größten Bescheidung zu holen. Das ist nicht meine. Ich sollte wahrscheinlich nicht es auch touchen. Das zu holen, ist ein bisschen ein Fauxpas. Okay, ist das der Tod? Ohne Scheiß. Sitzt mir hier der Tod gegenüber? Das sind ja wieder schöne Aussichten. Na gut, also die Bar ist ja dann vermutlich Locked. Ja, immer noch Locked. Also jetzt zurück zu Wieser Don. Don, der freundliche Schaffner. Und ihm sagen, dass da hinten so ein ganz schwerer Dampfmann rumturnt. Hier, hör mal. Crap. Da ist ein Mann in einer der nächsten Räume in der nächsten Karriere. Ich glaube nicht, dass er überhaupt nicht gut ist. Wir haben einige Rettkraisers auf dem Train. Ich sage dir, Sie lernen, dass sie ihn beenden. Die Wretched Mann kann gar nicht sprechen. Aye, und ich werde das gleiche, wie viele Leute haben. Ist Floyd noch nicht operiert, dann? Not so weit ich weiß. Ah, gut. Gib dem Mann Zeit. Hey, ich habe einen deiner deutschen Passagern gesehen, die Hände aus dem Räumen am Ende des Korriders. Vielleicht hast du eine bessere Konversation von ihr. Sehr kleine Sache. Danke. Ähm, Ich werde das gleiche. hier ist nichts. Ne, 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 ne. Äh, wo war's denn hier? 1C oder what? Ah. Schon wieder diese Taschen. Something doesn't feel right about this. They're all the same. Why would everyone have the same luggage? I want to have a look inside, but these are somebody's bags. Hmm. Something doesn't feel right about this. Ja, okay. Ja, ja, ja. Ähm. More large bags. Shuttered and sealed. Just like in my room. Aber auf dem Tisch, da liegen doch auch noch. Da liegt doch auch gerade. Hm. Als Kind, ich hab so origami gemacht. Wo ist die Frau, die die Ticketkollektor gesehen hat? Ich bin... Hm. Ah. Ich bin sicher, dass sie nur nur eine gewonnen hat. Ja, genau. Könnte sie... sein... Oh nein. Was ist das denn jetzt? Ah! Aber das so unruhig wie eine Tür, die in der nächsten Karte aufzunehmen. Ist Floyd bereit für Business? Hey Leute. Ah. Ich hab jetzt nicht erschockt, weil man die Tür gehört hat. Als er sich gerade umdreht, er sah aus, als würde ihm irgendwie sowas aus den Augen laufen, die sowas Weißes und dann die Brust runter. So ein bisschen wie bei... Ähm. Man, wie heißt denn die Sword Adventure? Dark Seed. Dark Seed. Wo alles aussieht wie in so einer fiesen Alien-Giga-Welt. Da laufen den Leuten auch so Dinge aus den Augen und so. Man. Das ist ja wirklich, ey. Ohne Scheiß. Was mein Hirn gerade für so eine halbe Nanosekunde gesehen hat. Ah. Na gut. So, was haben wir jetzt eingeschickt? Warte mal. Ich denke, ich werde ihn Sam nennen. Sam, den Origami-Hund, den wir jetzt einfach irgendein Mädchen geklaut haben. Ist ja super. Okay, aber wir hören, äh, Play the gay Sam. Äh, äh, gay. Again Sam. Die Bar ist offenbar auf. Wollen wir mal schauen. Uh, lecker essen. Das Essen wird kalt. Ich habe nicht gehört, wie eine Art Dinner-Belle. Wollen wir nur wissen, wann es Dinner-Time ist? Oder ob es diese Plätze für mich ist? Ich denke. Hm. Ah, das sieht doch schon besser aus. Guten Tag. Guten Abend. Floyd, ist es? Ah, Herr Lang. Wie schön, dass du uns mit uns zusammenst. Es ist Dr. Lang, eigentlich. Aber, äh, wer braucht Formalitäten in einem Ort wie dieser? Wichtig. Ich denke, du bist hier bei Business. Business? Ich, äh... Ein Drink, Herr Lang. Das ist das, was du hast. Vielleicht ein Bites zu essen erst. Unverschämtlich, alle unsere Mälte sind reserviert. Bei allen Dingen, ein Drink, doch. Pull up ein Sturm. Ich hätte besser nicht bleiben. Ihr Ticket-Kollektor, Don, ich glaube es war, hat mich mit Procuren ihm ein Glas of Whisky. Ah, ja. Er hat seine Heppflaske verliefen. Er ist genau da an der Bar. Ah, das ist auf dem Haus, Herr Lang. Ach, nein. So, wo? Da? Es ist aber auch wirklich sehr pixlich. Hm. Es ist öfter. Geil. Eine handige Heppflaske. Die Initialen K.D. sind in die Seite. K.D. Ähm. Ja, aber da ist ja jetzt noch nichts drin, oder was? Flaske ist öfter, Floyd. Ja, eben. Gibt mir einen Schluck Whisky. Oh. Oh. Ähm. Aber warte, wir haben ja Kohle. Hier. Hier. Eine krispe 5-Pfund-Pfund. Nein, was für ein Zufall. Das sind genau 5 Pfund. Hier, nimm hin, du. Alter. Hey, du gehst mein guter Mann? Raffzahn. Das Haus holt sie aber auch den besten Fusen raus, hoffe ich. Better hit me with another. Excess is the path to ruin, Mr. Lang. We wouldn't want you to go before your time, was? I think I can manage just one more drink. That's what they all say, isn't it, Mr. Lang? Just one more for the road. I can handle it. Never had difficulty driving before. And what about your liver, Mr. Lang? Can that handle just one more drink? Goddamn, Floyd. You always were a preachy son of a bitch, weren't you? I think you're quite mistaken, Mr. Lang. We've never met you and I. I just don't want you to do yourself an injury. I can handle one more god damn drink. You stupid bitch. Just stay out of my way and I'll stay out of yours. That's right, Mr. Lang. Let it all out. There's a good little puppy. What the hell? Oh, no. Has he been gifted or something? Shit. I need to go, Floyd. It's been a pleasure, as always. Aren't you forgetting your promise, Mr. Lang Whiskey? For Don. May I suggest you simply take the bottle back to your room? Whatever you decide to give it to Don or not, is your call. Ah, okay. Once more under the bridge, dear friends. I'm afraid you can't just take it, Mr. Lang. No matter how much you might wish to. How much? It's not cheap, I'm afraid. 40 pounds should do it. I don't have that much money on me. I'm sure you'll find a way, Mr. Lang. Always do. Ach, scheiße. Okay, was ist denn jetzt alles passiert? Hat er mich gerade vergisst? So, warum habe ich auf einmal so mit dem Kopf gewackelt? Und was ist hier los? Okay, also entweder ich bin schon tot oder ich wurde umgebracht. So, warte mal. Ähm. Okay. A whiskey bottle. Looks expensive. Ach, Alter. Moment, Moment, Moment. Hier. Äh, was war meine Kreditkarte? Dr. Harold Lang. Ne, genau. Ah. Nimm die doch einfach wieder weg. Not really. So. It's my credit card. Genau, hier, da. Advokat ist Anwalt sleeping. Okay. Hier geht's. Goodbye, Bankbalance. Wenn du nur deine Kreditkarte entdeckst. Ah. Jetzt. Und was war meine Kreditkarte? Ich erinnere mich, dass ich ein Nummer, ich kann leicht identifizieren. Ich habe eine gute Nummer. So, die einzige Nummer, die wir bislang im Spiel gesehen haben, war das ein komischer Ausweis. So, was war CCNP1318 oder so? CCPN1318? Ich probiere es aber mal. Ja. Geil. All done. Danke, Floyd. Nein, danke dir, Mr. Lang. Juhu. So, Moment. Dr. Harold Lang. Okay. Ey. Wenn so Nummern vorkommen, in so einem Spiel, wo man denkt, man braucht doch nicht so eine ellenlange Nummer, warum liest der Diamonds extra vor? Dann muss man immer hellhörig werden. Echt. Was zur Hölle ist mit mir passiert? Oh nein. Ach. Der gute Floyd nimmt sich aber jede Menge raus. Wo war denn hier mein neuer Pale Friend? War das hier? Ja genau. Hi. Vielleicht will er ein Whisky. Du bist schuldig? Ist das alles? Ja. Ich denke, Floyd war richtig. Er scheint mir nicht zu warm zu sein. Hm. Ich kann nicht nur... Ja, ja. Ähm. Hier. Vielleicht möchte er ein bisschen mit unserem Papierrund spielen. Ich denke. Hey. Sir. Das ist nicht ganz mein Lieblings Freund, aber... Das scheint den Trick zu haben. Ach, was? Echt jetzt, oder was? Ich denke, er möchte mich öffnen. Oh nein. Oh Gott, ey. Was ist da drin? Einen Kopf? Einen Finger? Oh, ich will nicht. Oh, haha. Ach, na gut. Es ist hier ein Schild. Er, welches Blut der Erde die dunkle Wunsch schlägt, aufsinnert, bis zum Himmel aus ihrer Wunsch. Interessant. Es ist für mich enttäuscht. Hey. Ich denke, ich kann es verändern. Oh. Ähm. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was mir das bringen soll. Ach. Oh. Oh Gott, nein. Oh. Oh. Die Box ist mit ... ... Erde und Worms. Sie sind überall. Warum würde er etwas wie das weg locken? Oh. 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 Und alt. ich trotzdem nicht reingucken okay ja wird schon mal das eine richtige ich raff gar nichts ja da ist lockt da ist auch lockt oder geht jetzt jemand jetzt jemand ran wollte ich sagen also ich meine macht jemand auf ja gut dann bringen wir noch mal so ein kumpel hier sein whisky ich habe noch eine ganze pulle hier ah ja ja warum dreht er sich immer so beknackt um das nicht so es war mal hier kombiniert vielleicht jawohl ach so ach wie das ist alles das ist für fünf und kriege so ein flakon miski oder was ja kommen hier in dem wenn sie glücklich macht well well you really came through for an old man boyu talk about dramatizing it you can't be any older than 35 glad to make the night pass by just a little bit easier yeah that reminds me i never did find that girl in this carriage girl girl what were you talking about pal there's no girl on this train but you said now it's not nice to go messing with old dawn's head just because he's had a sniff of whiskey but you know i like you lang you got spirit well thanks but that girl you honestly told me you saw her reckon i didn't and you know what it's the craziest damn thing you're just about the only soul i've seen on this train tonight yeah not normally like that even floyd's usually around must be his night off floyd is around i got the whiskey from him remember and what about the sick passenger in the next car no see them day around son you know what i need on a night like this a good book cannae beat a good novel and a drink a good book eh yeah have you ever read the works of louis cassell cannae say i've heard of him he's a horror writer in fact he lives on auger peak island auger peak island never heard of it isn't that where we're going well i have one of his novels somewhere that would be just the ticket get it okay also jetzt will er erst whiskey von uns haben jetzt soll ich ihm auch noch mein buch ausleihen also hier don alter schwede willst du mal lieber ein paar tegels kontrollieren okay hope don likes it as much as i did okay no sense in taking the entire thing okay aber seine seine kleine man back dann weigert dass ich verstandhaft sie mitzunehmen so alter jetzt hast du von mir alkohol gekriegt und ein buch jetzt ist aber auch mal gut was liegt denn da jetzt schon wieder oh man ja was ist denn mit ihm los eh hallo der puff der echt eh hm guess you won't be wanting the novel after all best leave him be ich kann nicht mal erkennen was das ist ich kann nicht mal erkennen was das ist ist das die whisky flasche und was ist das well why not the key to 2a maybe i'll find this mysterious girl okay handy hip flask okay das der falcon ja na gut also jetzt habe ich jetzt ohne scheiße habe ich das buch raus geholt und er will es noch nicht mehr haben weil er schon wieder eingepennt ist es ist alles sehr mysteriös hier ähm 2a genau okay jetzt die dörr ist still locked na automatisch nehmen ist sie nicht ach nein another large bag this is starting to get very very unpleasant more photos of that girl from the picture in the corridor she sitting in different seats around the house what is it about these pictures my god the victorian death pictures i thought as much i can't take this what the hell is this place am i even awake i ah ey der ist bestimmt verbrannt mit allen anderen hier in dem zug hieß es nicht so am anfang wenn sie in feuer ausbricht wird das ein städter an der sarg schüttelt und schüttelt einfach wie in meinem eh ich bin bestimmt gestorben und ich ruß die ganze zeit weil ich an rauchvergiftung krepiert bin und nicht an den flammen wohin bin ich denn jetzt eigentlich unterwegs na mal gucken was floyd macht hier ist nix ah genau da ist ja unser kumpel ne gar nicht es war im waggon davor richtig äh schlüssel hab ich auch nicht mehr ja wissen wir ähm na gut okay jetzt dann doch wieder zurück zu don es ist alles rätselhaft hier erst mal gucken wie es unserem freund geht ach hier geht es auch nicht mehr rein na gut okay dann brauchen wir Hilfe von don nein oh mein gott er hat sich in eine tasche verwandelt was ist das denn jetzt i don't want to i don't want to see oh god get me out of this place what have i done ach haltet was ist das da ein kontrollpanel von irgendeinem sort es ist lockt ich weiß nicht was es macht es ist lockt schlüssel hab ich auch nicht und hier guckt auch nicht rein ich will nicht ach man wo kam denn jetzt das geschöpere her aus meinem abteil okay da geht nix ach 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 oh oh hier liegt alles in den Trümmer nein das gute Zeug welcher Barbar war das destroyed all destroyed I can't even smell the booze it's like this happened years ago what the hell could have done this okay so können wir kommen wir irgendwie an die Tür hier ran ne ich glaube nicht ne okay ne okay I can't even look at it let alone touch it äh äh okay jetzt ist der Barkeeper verschwunden wie ist er Floyd Don ist verschwunden was ist denn hier los und oh nein oh gott warum bewegt sich in die Tasche jetzt das ist ja okay was ist das so ne Spielzeuglock oder was das ist ja okay oh warum bewegt sich in diese fucking Tasche es moving it's twitching please god don't make me look shuttered and sealed I don't think so ähm so was war damit 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 ok wir müssen das hingegen also jetzt irgendwie mal auf äh stemmen und weil er gesagt hat dass das dass er mit seinen Nägeln nicht reinkommt weil das so dünn ist probiere ich jetzt mal was ganz blödes mit der kreditkarte da irgendwie so rein in den Spalt und dann aufhebeln da tatsache es geht es gibt wie wofür ist der denn jetzt schon wieder da ich kann das nicht mehr tun ich will warte mal ja ich hab so ne Ahnung wofür der Key jetzt ist für dieses äh Control Panel da hinten kann natürlich sein dass Don da jetzt auch schon wieder davor steht und uns den Weg versperrt man weiß es ja nie hier in diesem Spiel halt nein ich will nicht was habe ich getan ich will nicht ich will nicht sehen oh Gott komm mich aus diesem Ort was habe ich getan ich habe doch Leute auf dem Gewissen wahrscheinlich habe ich alle umgebracht und mich danach am Ende selber so das Panel ist ört es gibt eine Schüssel die Schüssel die Schüssel der Train ist die Geschwindigkeit Oh, oh. Oh Gott, wir rasen alle in den Tod, ey. Diese Tasche irritiert mich total, dass man die nicht mitnehmen kann. Mach's ja nicht. Ja, na gut. Oh, 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 oh. Ich... Na, was jetzt? Ich komm nicht mehr raus. Ich brauche die Lichter, egal wie erratisch. Ich brauche... Ich brauche... Ich brauche es einfach öffnen. Nein. Nein. Lieber Gott, was ist das? Ist das Erde? Erde. Nichts, aber Erde. Halt gegen die Tür. Das kann nicht einfach passieren. Das kann nicht passieren. Ja, geil. Macht zu, Aya, eigentlich. Ich kann nicht breathieren. Es gibt kein Luft. Katrin. Please. Forgive me. Okay. Ein weiteres Spiel, bei dem ein möglicherweise ein paar Fragezeichen jetzt um den Kopf schwirren. Hat mir aber gut gefallen. Es hat eine sehr schöne, bedrückende Stimmung gehabt, ohne allzu plump so in Horror-Gefilde abzudriften. Also, was jetzt genau passiert ist, die ganzen Details, habe ich jetzt in meinem Kopf nicht zusammensetzen können beim Spielen. Also, vielleicht muss ich mir das nochmal in Ruhe angucken. Vielleicht seid ihr aber auch schlauer. Dann bitte nutzt den Kommentarbereich. Klärt uns auf, was ist in Sepulcher passiert. Weiß ich ja, Geschichte haben wir da gerade erlebt. Und auch generell, natürlich wie immer, wie hat es euch gefallen, was sind eure Tipps und Anregungen für die nächste Freakshow. Das war jetzt mal wieder ein bisschen was Story-basiertes, das habe ich am Anfang ja angekündigt. Aber wir sind natürlich auch weiterhin offen für alle Experimente und alle möglichen Spiele. The Island Will Rise. Uh, gibt es vielleicht ein Sequel? Die sonst noch in der Freakshow Platz haben. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Sehr schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ja, ich freue mich jetzt schon auf die nächste Freakshow. Das wird alles immer richtig geiler hier. Also, bis dann. Oh, ich mache jetzt erstmal den Monitor aus. Alter.